Wir haben einen ganzen Starenschwarm im Baum. Dieses Jahr ist das extrem. Schaut euch das mal an. Der da ist ein erwachsener Starr. Und da kommt das Küken. Da, das ist das Küken. Mal sehen, ob sie sich nochmal... Na, das Küken hat Schwierigkeiten mit dem Fliegen noch. Aber die werden hier gefüttert. Die Kleinen hier lernen, so wie sie fressen sollen. Und warum soll ich sie daran hindern? Küken sind dieses Jahr eh ungeläsbar. Ja. Ich finde das toll. Hier war eben einer mit dem Wott ins Fenster rein. Da ist der Küken dagegen gefahren. Ja. Ah, nicht mehr lange, dann ist der Baum leer. Der war dieses Jahr extrem voll mit Kirschen. Aber die sind aufgrund der Trockenheit nicht groß geworden. Alles kleine Kirschen gewesen. Und die waren bitter. So, ich denke mal, das reicht jetzt. Lasst es euch schmecken. Na, macht mal den Baum schön leer. Ich muss mir nichts zu was zu gebrauchen. Unten alles schön aufräumen. Genau. So, und lasst es euch schmecken. So, ich hoffe, es geht dann. Aber ähm. Jetzt kommt es euch vor.